Hallo meine Puppas, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich in Zürich im Gladbach Zentrum. Ich habe eine neue Jacke bei Zahler gekauft. Ich musste lachen, ich wurde da schon ein paar Mal erkannt. Ich habe schon ein paar Fotos gemacht. Ich finde das total verrückt an dieser Stelle. Liebe Grüße an euch. Und ich kann euch mal meine Jacke zeigen. Amore, schnell filmen. Die kostete nur 59 Franken, glaube ich. Ist so. Und dann sieht sie so aus. Wir sind in Zürich, weil gestern war das Google Event, also die Google Party. Google hat ja, nein, YouTube hat ja 10 Jahre gefeiert. Nur leider ging es mir gestern überhaupt nicht gut. Ich habe nichts gefilmt. Mir ging es beschissen, im warmen Sinne des Wortes. Ich habe irgendwas falsch gegessen. Da hat mich mein Freund nur noch ins Hockey gebracht. Und ja, heute geht es glaube ich nach Luzern. Wir sind in eine Party eingeladen. Und jetzt machen wir ein bisschen Shopping und dann werden wir schauen, was der Tag so bringt. Man sieht das fast nicht in der Kamera. Von live sieht es grösser aus. Ich habe schon lange keinen Zeppelin mehr gesehen. Über Zürich hat es einen Zeppelin von Edelweiss. Mann, auf der Kamera ist es mega klein. Schade. Uh, Zeppelin. Und Ortswechsel. Jetzt sind wir in Duzern. Bekannte Brücke. Jetzt überbrücken wir mal die Brücke. Schauen wir mal. Das habe ich schon mal gemacht, als ich ein kleines Kind war. Es hat so viele Asiaten. Es hat irgendwie etwas organisiert. Wir haben jetzt sicher mehr als drei Stunden nach einem Hotel gesucht, weil alles ausgebucht war. Und jetzt haben wir eins gefunden. Wir haben sehr viel bezahlt. Es liegt sicher da dran, weil so viele Asiaten hier sind, dass ein Ausflug geplant haben. Und jetzt sind wir aus der Brücke. Es ist so kalt in Luzern. Oh mein Gott. Ich bin diese Jacke, die ich heute bei Dela gekauft habe, und die Hosen. Die sind absolut apropos von Tally Whale. Die waren nur so 30 oder 39 Franken. Es ist so kalt. Weil bei uns war ich im Kleidchen, im Sommerkleid schon unterwegs. Ah, ihr habt ja auf Instagram gesehen. Apropos, der Link von meinem Instagram-Account findet ihr unten in der Infobox, falls ihr mir folgen mögt. Ich würde mich freuen. Und ja, es ist so kalt. Und ja, es ist so kalt. Es ist total eklig. Schau mal, mein Kissen hat immer so braune Flecken. Ich hoffe, es sieht aus wie Schokolade. Ich hoffe, dass es nicht etwas anderes ist. Und ja, ich habe jetzt die Rezeption angerufen, die sollten mir jetzt ein neues Kissen bringen. Und ja, wir haben ein bescheidenes Hotel gefunden, was wir waren jetzt fast drei Stunden auf Hotelsuche, weil es jetzt spontan war, hier zu übernachten. Ich kann euch mal meine Aussicht zeigen. Über den Dach von Luzern. Keine Ahnung, wie diese Straße unten heißt. Hier hat es ein indisches Restaurant. Und ja, eben nicht spezielles. Wieder mal kann ich wieder mal schweizerisch oder deutsches Fernsehen schauen. Das hatte ich schon gestern in Zürich. Ich war mega happy. Ich weiß nicht, ich bin überlegen, ob ich es mir wieder so ein Apparat zu tun, dass ich wieder deutsches Fernsehen schauen kann. Mal schauen. So, ich und Janine sind jetzt gerade in der Barbuki-Bar irgend so etwas, weil die liebe Shirley von Baxter kommentiert den Euro-Song-Wing-Contest. Ich kann das nicht sagen. Also die Public Viewings hat gesagt, er kommentiert das. Und ich bin gespannt. Ja, die haben jetzt gerade auf Instagram ein Bild von uns gepostet. Ich von HeyMugi. Und haben geschrieben, dass jemand hier in Luzern wohnt und uns besuchen kommen möchte, dass er uns hier findet. Und ja. Ah, ich habe vergessen zu schreiben. Ich habe Hunger. Bitte bringt mir ein McChicken-Menü mit. Oh Gott. Er ist ja auch ein heisser Favorit auf den Titel dieses Jahr. Und ich weiss, die Mädchen ist an der Feuchte und ein bisschen schnell. Ist schon schick. Und er kann ja noch gut sehen, was will man jetzt mehr. Und Janine ist schon überhaupt fantastisch. Heute ist auch das Fernsehen hier. Und zwar die von Tele 1. Und jetzt haben sich gefragt, ob ich und Janine ein Interview machen können. Reden wir über das Esk. Und ja. Hallo. Schaltet unbedingt ein auf Tele 1. Und ja, fangen wir an. Jetzt ist gerade Janine dran. Mit dem Interview. So, wir haben uns in einem Räumchen versteckt. Und wir haben jetzt gerade mit der linken Shirley und mit der Hey Muggie. Shirley ist heute eben moderierten Abend. Voll cool. Alle links unten. In der Infobox natürlich. Und ja, wir haben gerade wort es unser Bag gedreht. Unsere Bag. Das ist der Müll, der Janine mit sich trägt. Und wir haben die dreckige Wahrheit über Frauen-Taschen gedreht. Und ja. Und es ist wirklich schmutzig. Ja, wir sind alle gut. Und ich habe irgendwie Biscotti-Kekse in der Tasche gehabt. Keine Ahnung. Jedenfalls, ja. Wir gehen jetzt weiter, weil die Show muss weitergehen. Und es war ein cooler Tag in Luzern. Abend, Abend, Abend. Und aber was sonst noch passiert? So, die Show ist vorbei. Schweden hat gewonnen. Herzlichen Gratulationen Schweden. Gut verdient. Und es ist spät. Es ist irgendwie keine Ahnung. Ein Uhr nach. Ein halb zwei. Ein halb zwei. Ich bringe jetzt Janine hier in Luzern auf den Zug. Und dann gehe ich zurück ins Hotel. Und ja. Wir sehen uns im Hotel. Nachher gehe ich über Burger. Ich habe noch Hunger. Mal sehen. Ciao, Janine. Tschüss. Da ist der Tschüss. Ich wusste nicht, dass man mit Gea nach Nacht so Schlag zahlen muss. So mit den Zugbesitzenden macht. Das ist ja ein bisschen crazy. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hier hat es sehr viele Schwäne. Das ist mir heute schon tagsüber aufgefallen. Wir sind ja gerade auf der Brücke. Dort ist die Luzernebrücke. Man sieht es, glaube ich, nicht. Mit dem Licht. Die berühmte Luzernebrücke. Hier hat es überall Schwäne. Hier hat es noch mehr am Ufer. Das sind so viele. Sehr viele. Hier hat es zwei. What do you want? Aber es sind ja so schöne Tiere. Oh, da hat es ein See. Ich sehe auch schon fünf Stück. Ich hoffe, dass wir in dem Licht sieht man das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, jün, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, null, zehn und eine normale Ente. So viel Schwäne. Ich wusste gar nicht, dass ihr in Luzern so viel Schwäne habt. Nicht gerade so viel Auswahl. Aber ja, essen wir mal was. Wir haben jetzt schon gefrühstückt. Ich habe es schon gesehen. Ich wollte euch mal mein T-Shirt zeigen. Hier steht drauf. Don't mess with a princess. Die sind von New York. Die haben nur so zehn Franken gekostet. Und hier, wir sind auf dem Gotthard. Also, hier ist der Teufelsstein. Der Navigator hat jetzt irgendwo uns hin. Ich weiß nicht, ob wir uns den Pass machen müssen. Wir sind irgendwie auf den Bergen. Wir sind hier auf dem Gotthard Pass. Könnt ihr sehen, wie viel Schnee es hat? Oh mein Gott, wir sind jetzt Ende Mai fast. Es hat so viel Schnee noch. Ich habe sogar gesehen, Leute, die waren am Skifahren. Total verrückt. Ganz andere Welt. Simba. Wo ist der Mami? Mami? Ciao, Simba. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, wie geht's? Habt ihr euch gefetzt? Ihr habt überall Haare. Ciao. Mami. 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 Die sind unmancata. Baby. Salute. Salute. Tu.